Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und HotBets wird euch präsentiert von Xero, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Es gibt eine Trade-Aktion bei Xero. Wenn ihr ein Field-Trader seid, dann bekommt ihr entweder eine Magnum Fleische Dom Perignon geschenkt oder ein Apple Watch oder ihr könnt einen Tag Porsche 911 fahren oder ihr bekommt 400 Euro in bar ausgezahlt. Bedingung? In den nächsten drei Monaten müsst ihr mindestens 100 Trades in Optionsscheinen und Zertifikaten pro Monat machen, mit einem Transaktionsvolumen in Höhe von 1000 Euro. Für wen das was ist? In den Shownotes gibt es einen Link dazu. Dort stehen alle Bedingungen. Wer schon Kunde ist, nimmt automatisch an der Aktion teil. Neukunden müssen nur ein Depot eröffnen und traden. Eine Nachfolginformation? Stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Das bleibt dabei. Wie gestern beschrieben, erst ein nachhaltiges Überwinden der 13.000-Punkte-Marke führt zu höheren Kursen. Jetzt stellt sich die Frage, was ist nachhaltig? Das fängt bei einer Stunde an. Bestätigt wird aber eine nachhaltige Bewegung erst mit einer Tageskerze. Und selbst diese kann dann noch einmal auf Wochensicht kassiert werden. Gestern war ein Tag von Unsicherheit geprägt. Dies wird sich auch heute fortsetzen. Marius von Projekt 30 sieht den Markt über 12.9 eher seine oberen Ziele ansteuern. Unter 12.9 wird er eher auf der Unterseite gegrast. Stimmungskiller war gestern Apple. Wie auch schon Microsoft in der Vorwoche will nämlich Apple Personal eher mit Bedacht einstellen und in schwachen Bereichen auch Personal abbauen. Apple als Aktie gesehen ist ein Mega-Cap für die Wall Street. Damit ist die Marktkapitalisierung gemeint. Hustet Apple, bekommt der Markt Fieber. Ein Lackmustest waren auch die IBM-Zahlen. Umsatz und Gewinn waren eigentlich gut. Nur die Dollarschwäche hat den Konzern 900 Millionen Euro, nein Dollar, gekostet. Und das könnte auch bei Apple kommen. Der starke Dollar macht Verkäufe in anderen Währungen billiger. Die Preise wurden und werden zwar angehoben. Es muss sich aber zeigen, wie weit die Dehnung der Preiskurve gelingt. Wahrscheinlich werden hochwertige Geräte teuer bleiben. Im unteren Segment ist der Spielraum für Preisanpassungen geringer. Kommen wir zur Aktie. Die Apple-Akte hat sich die letzten Tage an die alte Abbruchskante herangearbeitet. Bei 151 Dollar wurde Apple gestern abgewiesen und konnte kein neues Zwischenhoch machen. Eine alte Unterstützung bei 150 Dollar plus minus wird jetzt zum harten Widerstand. Es ist zu befürchten, dass Apple an der nicht weiterkommt. Den Aufwärtstrend seit Mitte Juni nach unten verlässt und in Richtung 130 Dollar abdriftet. Realistisch gesehen sind auch 100 Dollar nicht auszuschließen. Die großen Wallstreetbanken rechnen beim Markt mit neuen Lows, bevor es wieder nach oben gehen kann. Wer den Trade spielen will, könnte auf Apple Short gehen. Stop wäre in der Aktie über 151 Dollar, Ziel 130 Dollar. Darunter könnte es unangenehm werden. Brechen 122 und 116 Dollar. 100 Dollar sind dann realistisch. Wer diesen Trade eingehen will, sucht sich einen Turbo Unlimited Short raus. Zum Beispiel von der BNP Paribas oder einen anderen Emittenten. Der Hebel sollte zwischen 5 und 8 liegen, nicht mehr. Wer den Trade eingeht, muss einen Blick auf den Markt haben. Kommen überraschende News zum Krieg, zum Gas oder von der Notenbank, kann es schnell und dynamisch nach oben gehen. Dann muss nämlich aufgelöst werden. Der norwegische Wasserstoffpionier Neil Aser hat einen Auftrag in Höhe von 45 Millionen Euro vermeldet. Der Kunde soll aus den USA kommen und Elektrolyseure bestellt haben. In einer Gesamtleistung von über 200 Megawatt soll eine Industrieanwendung installiert werden. Lieferzeitraum 2023 bis 2024. Der ungenannte Kunde wird die Produktion vorfinanzieren. Daher scheint das Risiko für Neil überschaubar zu sein. Denn ein Auftrag kann ja immer im Worst Case storniert werden. Das ist nicht ungewöhnlich. Sicher ist es immer erst, wenn das Geld fließt. Die Analysten bestätigten nach der Meldung das Rating outperformen und geben Kursziele von 2 bis 2,2 Euro an. Im Juni war der Wert noch bei 1,15 Euro. Bewertungstechnisch ist Neil extrem teuer. Die norwegische Firma wird mit 2 Milliarden Euro an der Börse bewertet. Da fällt der Neuauftrag von 45 Millionen Euro kaum ins Gewicht. Es müssen also viele solche Aufträge kommen, um die Bewertung zu rechtfertigen. Die Aktie bricht nach News immer stark und dynamisch nach oben aus, fällt dann aber immer wieder zurück. Wer einsteigen will, sollte einen Rücklauf abwarten. Nicht dem fahrenden Zug hinterher springen. Es ergeben sich immer wieder Chancen. Jetzt hoffen wir, dass es über 13.000 DAX-Punkte geht. Hoffen, dass Netflix die Wende schafft. Die Zahlen kommen nämlich heute. Die Details dazu besprechen wir morgen. Bis dahin. 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 Vielen Dank.